Und da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Mystery Dungeon, blaues Team. Und wir sind hier immer noch, äh, wir sind, der Teil heißt, äh, Tierberg, genau, der Tierberg war es, ganz genau. Und wir sind hier auf Etage 14 mittlerweile. Das heißt, wir sollten, oh, macht 15 draus. Das ist ein Reiz, das können wir doch eben mitnehmen. Und hier ist immer noch Schnee. Eine sehr schneeige Bedingung hier. Oh, irgendwie Peters. Was macht das denn hier? Au! Darauf nicht zu beißen. Lass das! Lass das! Und Level 21 wäre drin. Oh, Biss. Oh, warum nicht? So. Was haben wir hier? Oh nein, mein Magen ist klar. Jürgen, schnell was essen. Ja, jetzt gehe ich weiter. Hi, du. Du siehst groß und stark aus. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Okay, machen wir es so. Oh, mal sehen, was es lernt. Ein Sandwirbel. Hat es jetzt beide vergessen? Naja, es wäre, wenn nur Kratzer, das wäre auch kein Weltuntergang. Tatsächlich, hat Kratzer mit vergessen. Naja, es ist kein Weltuntergang. Das ist kein Weltuntergang. Oh, Gumi. Dann können wir nämlich mit Doppelsandwirbel-Argenreifen. Geil, was das denn bitte? Wir werden einfach gewinnen. Unsere Bosskampf jetzt einfach gewinnen, indem wir den Gegner Sandwirbel um die Ohren schmeißen, dass der nicht mal mehr sich selber treffen kann. Wie machen wir so blind? Und der wird sich wünschen, nie Augen gehabt zu haben, indem wir den Sandstreuen können. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich den Gehrock-Wachwerken. Das war Verschwendung. Okay, ich sag jetzt mal nichts. Ich weiß nicht, ob es unbedingt das Schlauste ist, eine Eisattacke auf dem Eis-Pokon ist, aber es hat sehr Besicht. Hallo. Hallo. Oh, da ist ja schon die Treppe. So kann es gehen. Was liegt hier? Noch mehr Geld. Scheiße, haben wir viel Geld zusammengesammelt. Äh, daneben? Ja, mach du nur. Erfahren und so. Verdammt, ich wusste, wir sehen uns noch mal wieder. Ich hab's gewusst. Hat's nicht schon gelohnt, dass wir Absol-Eis-Strahl beigebracht haben? Allein, dass ich damit über Ecken schießen kann. Natürlich ging's daneben. Alter, lässt du Rinn in Ruhe? Ich warne dich. Ich warne dich. Hallo? Treppi? Du bist nicht in der Treppe. Du bist ein besiegtes Philon-Tor. Oh, du hast euch zwei davon. Also machen wir dich völlig. So. Dann kriegen wir nämlich ein schönes Level ab für. Au. Au. Jutes. Hau ihn. Ich mach's selbst. Soll ich euch zwar hübschen allein lassen? Nice. Mann, wie weit ist es denn noch bis nach oben? Hätten da mal wenigstens ein Item reinlegen können. Oder hier. Hallo, Philon-Tor. Du bist nicht cool. Lass das. No, blau rum. Mach's fertig. Geh mit dir in den Arm. Nice. Au. Jutes. Der haut nicht. Gute Arbeit. Absol. Rinn. Bist du des Vases. Kommt sofort zurück. Hör auf. Hör einfach solche Gegensphasen. Ja. Immer noch nicht. Meine Güte. Oh doch, wir sind da. Na, Gott sei Dank. Endlich sind wir da. Dies ist der Gipfel. Ja? Ich frage mich, wo wohl Nona ist. Da sind sie. Ich habe Sefi entdeckt. Gut, ich sehe sie. Se-Seh, misalach. Es wird allmählich Zeit. Endlich haben wir euch. Nur wegen eurer Flucht sind wir überhaupt so weit draußen. Nur die Ruhe des Potter. Endlich können wir die Sache abschließen. Ich kann mich kaum zurückhalten. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Jutes. Nimm es mir nicht übel. Ich weiß einfach nicht, wie man Gnade zeigt. Sefi. Dieses Ende habe ich nicht gewollt. Aber so ist nun einmal unser Schicksal. Der Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Wir werden euch mit all unserer Macht bekämpfen. Es beginnt. Unterlasst auf der Stelle. Was? Volnona? Was? Volnona? Das ist Volnona? Die Legende. Sie ist wahr. Hört sofort auf zu kämpfen, Simsala. Das sind meine Gäste. Sag uns, Volnona. Wer war der Mensch aus deiner Legende? Nein, mehr noch. Ist die Legende tatsächlich wahr? Je nach meiner Antwort, muss ich sie möglicherweise beseitigen. Ob mein Fluch für Legende gehalten wird oder nicht, ist ohnehin, ist ohne Belang. Jedoch. Es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Mensch mit einem Fluch zu belegen. Damals schritt Garde war der Partner des Menschen ein und bewahrte ihn vor dem Fluch. Selbstlos ertrug es die volle Wucht des Fluches, der eigentlich für den Menschen bestimmt war. Und der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Garde wahr im Stich und floh. Und dennoch wurde dieser Mensch später zu einem Pokémon. In Gestalt eines Pokémon lebt dieser Mensch seither. Und dieser Mensch ist wer? Wer ist der Mensch, von dem du sprichst? Sefi. Sei ohne Furcht. Nicht du bist dieser Mensch. Was? Was hast du gerade gesagt? Sefi ist nicht der Mensch aus der Legende. Das sagte ich. Was? Was ist da los mit mir? Ich bin so angespannt. Ich kann mich nicht bewegen. Wurde ich atmen. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Aus. Wow. Fantastisch. Das ist ja klasse. Ich wusste, dass du es nicht sein konntest, Sefi. Ich wusste es. Sefi könnte niemals jemandem etwas so Schreckliches antun, wenn du wüsstest. Da ist jedoch etwas, das erwähnt werden muss. Es ist wahr. Ich sah voraus, dass die Welt aus dem Gleichgericht geraten würde. Jedoch. Der zum Pokémon gewordene Mensch hat nichts mit dem Ungleichgewicht der Welt zu tun. Der Grund für die Naturkatastrophen ist ein anderer. Hey, ihr. Ihr habt falsch gelegen. Ihr habt einen Fehler gemacht, als ihr Sefi gejagt habt. Ähm, wir müssen uns entschuldigen. Tut uns leid. Dieser Gengar hat uns aufgeretzt. Nein. Ich habe Gengar gleich von Anfang an verdächtigt. Sefi sieht auch gar nicht so halbtückisch aus. Hahaha. Wenn es doch nur so wäre. Aber ich muss sagen, ihr verdient Respekt, dass ihr auf dieser langen und harten Reise die Wahrheit herausgefunden habt. Eindruckend, Sefi. Haha, das ist fantastisch. Ich wusste, ich irre mich nicht. Was? Oh, warte mal. Warum wurde Sefi dann zu einem Pokémon? Wenn Sefi der Mensch nicht der Mensch ist, der in dieser Legende erwähnt wird. Wie erklärst du dir dann die Tatsache, dass Sefi zu einem Pokémon wurde? Sefi, wer bist du? Ah, der Boden bewegt sich. Erdbeben? Und die Erdoberfläche bricht auf. Die Naturkatastrophen verschlimmern sich. Und die Erschütterung des Erdbodens. Werden ein Geschöpf in den Tiefen dieser Welt erwecken. Ein Geschöpf, das bisher ungestört schlief. Grudon wird erwachen. Was? Grudon erwacht? Grudon? Was ist das? Was ist ein Grudon? Ein legendäres Pokémon, das nur in alten Mythen auftaucht. Es ist das Pokémon, das die Landmassen geformt und die Kontinente gebildet hat. Das heißt, es sei nach katastrophalen Kämpfe mit seinem Erdmann Kaiokre in einem tiefen Schlaf gefallen. Sollten Grudons Kräfte entfesselt werden, wird Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir werden gehen. Ihr kommt auch mit. Nein, ihr müsst bleiben. Grudon ist weit stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst es uns. Jawohl, so ist es. Geht erstmal zu ihrer Basis zurück und macht eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Es gibt schon einen Grund, warum wir den Goldreib tragen. Wir erledigen das und sind wieder zurück, bevor ihr euch auch nur umschauen könnt. Gut, wir gehen und kümmern uns um Grudon. Und so machte sich Simsalas Team auf, in den Tiefen der Erde nach dem erwachten Grudon zu suchen. Unterdessen beendete das Team von Sephi, nun befreit von den wüsten Verdächtigungen, seine lange und qualvolle Reise. Und kehrte wohlbehalten und glücklich in seine Retterteam-Basis zurück. Ja, ich möchte gerne speichern. Währenddessen zurück auf den Pokémon-Platz. Hey, ihr da! Warum seid ihr nicht unterwegs, um das Team von Sephi zu jagen? Du hast leicht reden. Das ist viel zu viel für uns. Es heißt, das Team von Sephi sei schon sehr weit weg. Wir könnten es jetzt höchstens bis zur Napeshöhle schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt. Aber sie flohnen zum Feuerberg. Nichts in der Welt könnte mich da hinbringen. Und da habe ich ihre Spur verloren. Ich bin vom Team Pflanze, wisst ihr? Herr und ich, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team von Sephi wurde. Aber diese Flüchtigen. Wenn man sich überlegt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren, sind sie nicht zäh geworden. Da kann ich nicht mithalten. Hahaha! Was seid ihr da für Zweichererbs? Du bist ein richtiges Großmaul. Was ist mit deinem Team, Gengar? Ihr hängt hier nur auf dem Pokémon-Platz herum und lehnt euch zurück. Macht auch mal mit. Los mit euch! Haltet uns daraus. Unsere Aufgabe ist es, vom Ende von Team Sephi zu erfahren und das Fleisch dazu zu geben. Du spielst dich vielleicht auf. Ach du meine Güte! Ach je, ach je! Meditalis, was ist los? Sephi! Sephi ist... Ja, endlich! Endlich wird mit Sephi los. Nein, im Gegenteil. Sephi ist zurück! Kecke! Was sagst du da? Hi, habt ihr mich vermisst? Äh, 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 da drüben! Sephi! Ist sie jetzt zurück? Hi! Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Oh, endlich sind wir wieder hier. Wir waren ziemlich lange weit weg. Irgendwie weckt dieser Platz nostalgischer Erinnerung an mir, Sephi. Hey, Jutes! Hm, ach du bist es, Gengar. Jetzt ist ja eine Weile her. Hä, was soll ich so unverschämt mit Selbstsicherheit? Okay, vielleicht. Gengar, alles was du gesagt hast, war falsch. Sephi hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Sephi traf keine Schuld. Gege? Was? Ist das wahr? Ja, wir haben wohl Nona gefunden und nachgefragt. Sephi ist nicht der Mensch aus der Legende. Wir sind zurückgekommen, weil wir jetzt die Wahrheit kennen. K, 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 k. K, k, äh, Moment mal. Man kann dir nicht trauen. Wenn du so eine Behauptung ausstellst, dann musst du das beweisen. Be-be-be-be-beweisen? Ganz genau. Knallharte Beweise. K, k, k. Lass uns Beweise sehen. Na los, wird's bald. Beweise? Wir haben keine Beweise. Kekekeke, es ist schade, dass du nichts beweisen kannst. Aber schön, dass du hergekommen bist. Schön blöd. Das erleichtert uns die Arbeit. Kekeke. So, meine Pokémon. Das ist eure Chance, Sefi loszuwerden. Kekekeke. Äh, Keke? Was habt ihr denn? Wollt ihr Sefi nicht loswerden? Ich, ich habe immer an Sefi geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Kekeke? Ich, ich bin draußen. Das Team von Sefi hat mich gerettet. Ich habe mich nur schweren Herzens an der Jagd beteiligt. Und nur, weil du so darauf bestanden hast. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sefi wirklich so böse sein soll. Kekeke. Ich habe auch genug gehört. Ich glaube, Sefi. Irgendwann, wer braucht Beweise. Kekeke. Leute. Extra Blatt. Extra Blatt. Extra Neuigkeiten. Was? Was ist das? Äh, es sieht aus wie eine Zeitung, nicht? Okay, ich lese es mal vor. Also, hier steht. Pokémon-Zeitung. Extra Blatt. Sefi unschuldig. Sefi traf wohl Nona unter dem wachsamen Auge von Simsala und konnte beweisen, dass keine Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ergibt sich, dass Gengars Behauptung hinterhältige und böse Verleumdungen war. Ende. Okay. Okay. Du dreckiger. Okay. Nicht sie weg. Halt, du Lügner. Du hast uns betrogen. Willkommen zurück. Ja, es tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück. Wie versprochen. Ich bin so froh, dass Sefi nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, ich bin auch froh. Nun müssen wir nie von niemandem mehr davonlaufen. Sefi? Ich denke, wir beide sind müde. Ich gehe jetzt schlafen. Morgen rufen wir unser Retterteam wieder ins Leben zurück. Versuchen wir unser Bestes. Am nächsten Morgen. Schön, dass wir wieder da sind. Ich weiß, wir haben gerade das geschmeichert, aber... Doppelt hält besser. Guten Morgen, Sefi. Hast du gut geschlafen? Sehr gut. Wir können wieder als Retterteam arbeiten. Hallo, Pilipper. Schön, dich wiederzusehen. Sieh mal, Pilipper bringt uns bereits wieder Post. Also suchen wir unser Bestes. So wie wir es immer getan haben, Sefi. Oh, ich glaube, wir haben zu viele Dinger, das kann sein. Ähm, was haben wir denn? Wir machen mal die hier. Boah, das hier auf dem Stahlbergbahn liegt so ewig lange zurück. Gehen wir uns erstmal ein paar Partnerarelle kaufen. Ah, es fühlt sich so gut, wieder hier zu sein. Ah, kaufen. Wir können immerhin das... Ah, nennen wir das Cliff Plateau. Das klingt doch spannend. Und das alte Labor, das klingt doch auch spannend. So, das hätten wir. So, wie geht's unserem Beutel? Oh, wir können eigentlich mal ein bisschen was ablegen. So, aber kurz lagern. Ach, die Tieren können wir gar nicht. Mmh, Apfel brauchen wir doch noch mal ein. Und tun wir die dort. Ah. Wird mir schon nicht wehtun. So, können wir die genutzte TM wegschmeißen? Ja. Weg damit. So, was gibt's hier? Alter. So. Oh, Brücke. Aber das können wir uns da ja nicht leisten. Was gibt's hier? Nur ein Schlagssammling. Den könnten wir vielleicht gut gebrauchen. Ja gut, die bringen uns jetzt nicht so viel. Aber der hier umso mehr. Für Bosskämpfe. Ziemlich gut. Ab und vor, da fällt mir ein. Attacken. Die setzen wir gleich nach oben. Dann nehmen wir Glut und, ähm, Sandwirbel zusammen. Dann können wir nämlich mit doppelter Sandwirbelpower angreifen. Das wird geil. Also, ich würde das erinnern. Was hast du denn? Wir könnten auch noch Heulen dazu nehmen in die Kombo. Äh, Attacken. So. Dann kann sie mit Heule angreifen. Senkt den Angriff des Gegners. Verbringert seine, ähm, Genauigkeit und greift mit Glut an. Und wir hingegen können mit Sandwirbel ebenfalls die Genauigkeit senken und die Verteilung senken. Dann können wir die Werte so richtig schön runter holen vom Gegner. Und so, sehr gut. Dann gehen wir noch in den drin abholen und dann kann es weitergehen. Ich glaube, äh, Thilo ist ein bisschen zu weit runtergelevelt. Ähm, jetzt kommen wir ab. Auf welchem Level war der? Zwölf? Wir sind ja mittlerweile auf 18. Oder im 18er Bereich, sagen wir es so. Wir sind 19 sogar schon. Tatsächlich sind wir schon im Rang 19. Dann gehe ich nochmal speichern. So. Und dann werden wir an dieser Stelle ein kleines Päuschen einlegen. Ich werde jetzt auch eine Pause machen. Das ist nämlich jetzt die erste Pause seit Beginn der Aufnahme. Und da es hier relativ viel Text halten gibt, ist mein Stimmchen ein wenig erschöpft und braucht eine kleine Pause. Außerdem ist es mittlerweile halb zwei Uhr nachts. Und, naja, das Bett ruft langsam. Ich hoffe jedenfalls, der Part hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann wieder spannend und mit neuem Elan weiter. Mit den neuen alten Aufgaben, die wir hier haben. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Bis dahin. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao. Tschüss.